Aufgegleist, der GDL-Podcast. Und da sind wir wieder. Aufgegleist, der GDL-Podcast. Herzlich willkommen zum letzten Podcast des Jahres 2023. Das Jahr ist schon wieder vorbei. Und wem gebührt das Schlusswort kurz vor Weihnachten? Natürlich Klaus Weselski. Wie auch schon vor einem Jahr waren Sie im Dezember da. Schön, dass Sie zwischen all den vielen Terminen, die Sie bestimmt gerade haben, Zeit für uns gefunden haben. Danke, dass Sie da sind. Hallo Frau Krüger, ich grüße Sie. Tue niemals das, was die anderen von dir erwarten. So begann vor einigen Tagen ein Gespräch, das Sie bei Phoenix geführt haben. Ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich das Gefühl hatte, das war von dem Journalisten fast anerkennend gemeint. Dann gibt es aber auch viele Schlagzeilen. Und ich habe jetzt die schlimmsten ausgespart, die ich in den letzten Tagen und Wochen gesammelt habe. Da stand Weselskys großes Ego. Grund für den Streik ist die Streitlust von Klaus Weselski. Der GDL-Chef hat jedes Maß verloren. Fast schon so ein bisschen Personenkult statt inhaltlicher Auseinandersetzung. Wie geht es Ihnen denn jetzt? Kurz vor Weihnachten. Ja, Frau Krüger, mir geht es ausgezeichnet. Den Weihnachtsfrieden habe ich verkündet. Neher Seiler mit einem Vertrag, mit dem er uns blitzen wollte, wo eine verdeckte Friedenspflicht drin war, die unsere Urabstimmung kaputt gemacht hat. Und an der Stelle, sage ich mir, geht es deswegen auch ausgezeichnet, weil wir den ersten Tarifvertrag haben mit einer Absenkung auf die 35-Stunden-Woche. Und zwar mit der Netinera Deutschland GmbH. Nach 28 Stunden Verhandlungen ununterbrochen, sage ich, das ist eine tolle Leistung gewesen des gesamten Teams. Und wir haben den ersten marktprägenden Abschluss. Ich gebe mal, bevor wir jetzt gleich über Netinera sprechen, einen kurzen Überblick über die Themen. Natürlich reden wir über den Streik. Natürlich reden wir über Netinera. Natürlich reden wir über die Boni. Auch wenn mir da die Galle hochkommt und ich da eigentlich gar nicht drüber reden möchte. Natürlich reden wir auch über Fairtrain. Und vielleicht werden wir sogar noch ein bisschen besinnlich am Ende. Wir gucken mal, ob wir den Bogen zurückkriegen. Sie haben sich gewünscht, noch mal zum Thema Fairtrain zu kommentieren. Es ist auch immer wieder jetzt Thema gewesen in den letzten Tagen in einigen Presseberichten. Was ist das, was Sie gerne noch zum Thema Fairtrain kommentieren möchten jetzt am Ende des Jahres? Fokus hat ja einen längeren Artikel gesetzt. Und unser Geschäftsführer der Tarifabteilung, Thomas Gelling, der auch Gründungsmitglied ist wie ich, der hat einfach in die Runde geschrieben, die Frösche quaken. Und genau so ist es. Es werden Sachverhalte in die Welt gesetzt, die einfach nicht den Tatsachen entspringen, die auch nicht Tatsache sind. Und von dieser Fehlannahme aus werden Ableitungen getroffen und die Genossenschaft wird in Grund und Boden geredet, geht alles gar nicht, ist rechtlich unzulässig, die GDL verliert ihre Eigenschaft als Gewerkschaft und, 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 und. Und da sage ich mal einfach, lass sie reden, denn sie wissen nicht, was sie tun und wovon sie sprechen. Das Genossenschaftsmodell ist über 100 Jahre alt. Das Genossenschaftsmodell ist anerkannt. Das wurde ohne von dem Kommunisten erfunden, sondern von dem ehrenwerten Menschen mit Namen Raiffeisen, falls das noch jemand interessiert. Herr Raiffeisen war es, der das Genossenschaftsmodell geschaffen hat. Und zwar mit dem einzigen Ziel, dass diejenigen, die sich vereinen und in einer Genossenschaft zusammen als Mitglieder agieren, dass die etwas davon haben müssen, dass der Zusammenschluss ihnen einen Mehrwert bringt. Und genau das machen jetzt am Anfang die Lokomotivführer. Die haben sich zusammengeschlossen, wir haben eine Genossenschaft gegründet und diejenigen, die Genossenschaftsmitglieder geworden sind, werden dann von den Gewinnen partizipieren. Und diejenigen, die ersten beginnen jetzt, die bei der Genossenschaft als Lokomotivführer tätig werden, die haben einen tollen Tarifvertrag, die haben Wertschätzung, die haben alles das, was sie bei der Deutschen Bahn AG nicht bekommen. Und deswegen sage ich an der Stelle, lass sie quatschen, lass sie machen. Die Deutsche Bahn droht uns mit Gerichtsverfahren. Lass sie kommen. Wir sind gespannt, mit was sie die Welt beglücken wollen. Und ich stelle wieder die Frage, wieso bekämpft man eigentlich die Genossenschaft? Es ist Mangelmarkt. Wir wollen als nächstes auch in die Ausbildung gehen. Wieso bekämpft man ein Unternehmen, das gegründet worden ist, mit dem Ziel, Lokführer zu verleihen, was 10, 20 andere machen, und das dazu geeignet ist, den Menschen bessere Arbeitsbedingungen und bessere Einkommensbedingungen anzubieten, als das in den anderen Unternehmen der Fall ist? Ich weiß gar nicht, was daran Böses ist. Ich weiß allerdings, warum es bekämpft wird. Maßgeblich von der DB AG, aber auch von einer Reihe von Wettbewerbsunternehmen wird es verteufelt, weil eins wird sichtbar. Die Gewinne werden sichtbar werden. Wenn wir zu denselben Preisen verleihen wie alle anderen, wenn wir also weder Lohndumping machen noch sonst was, dann wird sichtbar, wie gut man dabei verdienen kann. Und das wird in einer Genossenschaft veröffentlicht. Da wird die Bilanz am Ende des Jahres öffentlich gemacht. Und dann kann man sehen, was man für Geld verdient hat. Und daraus abgeleitet werden sich einige in anderen Unternehmen die Frage stellen, muss ich denn auf Dauer mein Leben für einen Arbeitgeber arbeiten, wie zum Beispiel Herrn Seiler oder Herrn Dr. Lutz, die sich die Taschen vollstopfen und von der Kanzel oben runter Wasser predigen für uns, während sie selber Wein saufen? Oder habe ich einen Arbeitgeber, der mit mir gut umgeht, der mich fair bezahlt und wo ich dann als Genossenschaftsmitglied zum Schluss auch noch die Gewinne, wenn sie ausgeschüttet werden, mit genießen kann? Das ist die Bedrohung für alle diejenigen, die auf ihre eigenen Einkommen schauen, die auf ihre eigenen Gewinne schauen. Die finden das nie so toll, weil Genossenschaftsrecht ist eben öffentliches Recht, es ist Vereinsrecht und die Offenlegung ist zwangsweise. Und da kann man keine Finanzmanipulation betreiben, wie man das im Bahnkonzern macht, in dem man erstmal alles durch die große Trommel schiebt und zum Schluss keine Gewinnegroßausweis beziehungsweise Verluste und einen steigenden Schuldenstand. Na dann schauen wir mal, wie das in 2024 weitergeht. Aber zurück zur Streiksituation zu Nitinera. Ich würde da mal ein paar Monate zurückgehen in den Juni, wo Sie ja mit einem großen Peng 5 für 5 verkündet haben. Die 5 Kerntarifforderungen, mit denen Sie sich auf den Weg gemacht haben, 555 Euro allgemeine Entgelterhöhung, Inflationsausgleichsprämie, Zuzahlung des Arbeitgebers bei der betrieblichen Altersvorsorge, 5 Tage Woche mit 48 Stunden Mindestruhezeit. Das, woran die Verhandlungen sich jetzt am meisten aufzureiben scheinen, sind die 35 statt 38 Stunden für Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeiter, die die GDL fordert, die IG Metall seit ich weiß gar nicht wie vielen Jahren schon längst hat und die die BAG leider weiterhin radikal ablehnt. Jetzt haben Sie Nitinera überzeugt gekriegt, in ungefähr einem Jahr, wenn ich das richtig gelesen habe, mit der 35-Stunden-Woche zu starten. Ist da von Ihrer Seite die Hoffnung, dass dieser Abschluss den Stein ins Rollen bringen kann für andere Unternehmen, die dann auch irgendwann mal Deutsche Bahn AG heißen? Oder was bedeutet dieser Abschluss jetzt? Nun, der Abschluss ist in unserem Tarifgefüge der Prägende für diese Tarifrunde. Immer derjenige, der zuerst abschließt, weiß, dass die GDL sich selbst die Aufgabe stellt. Aber ich bekomme diese Aufgabe als GDL auch von dem jeweiligen Arbeitgeber aufgedrückt. Wir müssen mit den anderen gleiche, nicht vergleichbare, sondern gleiche Abschlüsse erzeugen. Und deswegen ist der Abschluss Gold wert. Erstens für das Signal in die Öffentlichkeit und den Markt überhaupt. Dieser Arbeitgeber, Nettenera, hat, ohne sich bestreiten zu lassen, von Beginn an gesagt, ich weiß, wenn die GDL sich was vornimmt, dass sie das umsetzt. Da geht es also nicht mehr um das Ob, sondern es geht um das Wie. Erster Punkt, zweiter Punkt, wenn ich derjenige bin, der den ersten Abschluss verhandelt, weiß ich wenigstens, was ich tue. Wenn die anderen das verhandelt haben, kommt etwas, was ich vielleicht überhaupt nicht wollte und überhaupt nicht gut finde. Und deswegen sind die mutig vorangegangen, sind auch beschimpft worden, sind ausgegrenzt worden von den anderen Arbeitgebern. Aber das macht denen am Ende des Tages nicht aus, weil sie sagen, wir müssen ja mit unseren Mitarbeitern ins Reine kommen. Die denken also in erster Linie nicht mal an die GDL, sondern an ihre eigenen Beschäftigten, wie es denen geht. Und sie erkennen, dass es eine radikale Veränderung geben muss, um überhaupt wieder zu mehr Arbeitskräften zu kommen. Denn Mangelmarkt ist ja schon nett ausgedrückt, was bei uns zurzeit passiert. Aber höre ich da eine Hoffnung, dass das irgendwann weitergehen könnte, auch bei anderen Unternehmen? Sagen Sie ganz klar, okay, wir bleiben bei dieser 35-Stunden-Woche? Wir können davon nie runtergehen, von dem Ergebnis, was wir dort bei Netinera erzeugt haben, weil dann das Netinera-Ergebnis sich wieder negativ verändern würde. Wenn wir schlechter mit anderen abschließen, fordern die ein, dann genauso wieder tarifiert zu werden. Und das können wir nicht wollen. Und vor allen Dingen, das Gute ist ja, Alle Welt tut ja so, als würde Wieselski streiken. Wieselski setzt den Willen der Mitglieder um. Und das werden die Arbeitgeber merken, die mit uns nicht über die Absenkung verhandeln wollen. Die werden von ihren Mitarbeitern bestreikt. Und zwar richtig beinhart. Und nach der Urabstimmung am 19. Dezember, die ja unmittelbar bevorsteht, nach dieser Urabstimmung kommen dann Prozente zum Vorschein, wo jeder weiß, dass seine eigene Belegschaft gegen ihn antritt, als Arbeitgeber und den Streik einfach durchzieht. Und zwar so, wie wir ihn für richtig halten, wie wir ihn für erfolgreich halten. So wird gestreikt. Und das kann niemand in diesem Land wollen. Und von daher bin ich zuversichtlich, dass vielleicht die Weihnachtsfeiertage als Zeit der Besinnung auch die Besinnung im Bahntauer hält. Oder die Herrschaften sind so besoffen vom Schampus, von ihren Boni, dass sie nicht sehen, was auf sie zurollt. Nämlich eine große Auseinandersetzung und eigentlich für nichts. Haben Sie auch das Gefühl, dass die Streiks der GDL von der Bevölkerung langsam anders wahrgenommen werden? Nehmen Sie das auch so wahr, dass Sie nicht der Buhmann sind oder die Gewerkschaft nicht mehr so doll der Buhmann ist? Und das eine ist ja, wie man es wahrnimmt. Das ist ja subjektiv. Objektiv betrachtet haben Sie absolut recht. Und da gibt es auch Untersuchungen. Selbst die eigene Statistik der Deutschen Bahn AG sagt ja, dass wir in den schlechtesten Zeiten bei rund 50 Prozent nur noch Pünktlichkeit gewesen sind. Und da müssen Sie davon ausgehen, dass die Statistik der DB auch schon wieder getürkt ist. Nämlich in zwei Elementen. Erster Element, sechs Minuten werden nie als Verspätung gezählt. Und die zweite, wo sie türken ist, ein ausgefallener Zug existiert in der Statistik gar nicht. Und auch nicht in der Statistik für die Boni. Da ist ja Pünktlichkeit keine Kategorie. Das haben wir ja nur auch gelernt, dass die Frauenquote, gegen die man ja nicht unbedingt sein muss, aber dass man die tauschen kann, gegen Pünktlichkeit zum Beispiel, das ist schon interessant. Wenn man eben andere Ziele erfüllt, kriegt man die Kohle trotzdem. Die Eisenbahn muss ja, wenn es geht, gar nicht fahren. Die würden das so hingeschnitzt kriegen, dass sie trotzdem ihre Boni bekommen. Aber zurück zu dem allgemeinen Trend. Die Menschen in unserem Land haben ganz klar erkannt, wer die Schuldigen sind, die das Eisenbahnsystem in diesen maroden Zustand gebracht haben. Und außer der Politik, außer unserem Verkehrsminister, der glaubt, dass dieselben Vorstände, die dieses System so kaputt gemacht haben, jetzt das System wieder ertüchtigen und in Ordnung bringen. Das ist der Einzige, der das glaubt. Keiner in der Bahnbranche, in der Eisenbahnbranche, geht davon aus, dass dieses Management in der Lage ist, die Eisenbahn wieder so funktionstüchtig, so zuverlässig und so pünktlich zu machen, wie sie früher mal war. Das heißt dann, landläufig wird dann diskutiert, ja, wir haben keine, wenn wir die rausschmeißen, dann macht das niemand. Und für kleineres Geld macht es schon gar niemand. Das sind alles Märchen, die erzählt werden, weil man sich selbst etwas vormacht, weil man eben keinen Hintern in der Hose hat und Entscheidungen fällen will, die unliebsam sind und die auch wehtun, aber die dringend erforderlich sind. Von daher wird die Infrago, die jetzt am 1. Januar startet, auch nur ein leises Husten und keine tatsächliche Errungenschaft im Sinne, die Infrastruktur wird zusammengeführt und ist selbstständig. Nein, ist sie nicht. Weiter Aktiengesellschaft, weiter Gewinn abgeführt und beherrscht. Die können auch dann weiter, also weiter den Geldkreislauf betreiben und von daher offene Ansprache. Die Menschen haben verstanden, es sind nicht die Lokführer, nicht die Zugbegleiter, nicht die Fahrdienstleiter, die Werkstattmitarbeiter, sondern es ist das Missmanagement der Deutschen Bahn AG, vor allen Dingen auch im Bereich der Infrastruktur. Aber das Missmanagement geht ja auch in die Fahrbetriebe der Eisenbahn, der DB hinein, in Fernverkehr, in Regio, in Cargo. Auch da ist ja Missmanagement in den jeweiligen Fahrbetrieben. Das zieht sich also durch wie ein roter Faden. Und das Schlimme ist, jetzt kommt die eigentliche Krux, die Auswirkungen sind jetzt auch auf die Unternehmen, die eigentlich gut organisiert, gut strukturiert sind. Wie zum Beispiel, ich mache einfach ein paar Namen, die Odeck, bei Netinera angesiedelt ist, die Länderbahn. Wenn wir auf andere Konzerne gehen, Nordwestbahn oder Transdev Mitteldeutschland, das sind alles Unternehmungen, das sind Wettbewerber der Deutschen Bahn AG, die sind für die Infrastruktur nie zuständig und auch nicht verantwortlich. Aber deren Eisenbahnfahrpläne geraten genauso durcheinander. Die machen Verspätung, die werden bestraft zahlen, penale, weil sie verspätet sind, können aber überhaupt nichts dran ändern. Und in dem Zustand nimmt man plötzlich wahr, es kann ja heißen, wie es will, die Eisenbahn als Ganzes ist nicht mehr pünktlich, nicht mehr zuverlässig und in einem Zustand, wo wir, wir schaffen vielleicht alles, außer eine Verkehrswende. Die kriegen wir mit dem Zustand keinesfalls hin. Und wie hält man dann als Chef von Lokführern und Lokführerinnen, von Zugbegleitern und Zugbegleiterinnen, wie hält man dann die Motivation, anstatt zu resignieren und zu sagen, ob wir hier irgendwas ausrichten können mit unserem, Gestreike hätte ich jetzt beinahe gesagt, mit unserem Predigen, mit unseren Streiks. Wie hält man die Motivation und den Glauben daran, dass man was verändern kann? Na, die beiden Dinge müssen wir auch knallhart voneinander trennen. Wir streiken ja nicht, um das System zu ertüchtigen. Wir streiken, weil die Arbeitgeber, die jetzt mit uns über die Absenkung der Wochenarbeitszeit nicht verhandeln, einfach die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben. Die jammern seit zehn Jahren. Seit zehn Jahren wird hier rumgejammert, wir haben zu wenig Leute. Mittlerweile bestellen die Eisenbahnverkehrsunternehmen in Abstimmung mit den jeweiligen Aufgabenträgern um die zehn, zwischen acht und 15 Prozent Leistung, im Durchschnitt zehn Prozent Leistung wird abbestellt. Es wird weniger gefahren, weil die Personalsituation es einfach nicht mehr hergibt. Weil die Menschen, die bei uns im System arbeiten, mittlerweile hoch belastet sind, mehr Leistungsstunden fahren. Immer am Ende des Jahres wird es überdeutlich sichtbar. Und, weil sie eben auch feststellen, dass nicht mehr genug neue ins System kommen wollen. Das heißt, die Ausbildungsklassen sind schon gar nicht mehr voll. Seit zwei Jahren wissen das alle Beteiligten. Aber keiner hat eine zündende Idee. Und deswegen ist die Idee, die die GDL entwickelt hat, die einzig richtige. Wir müssen nämlich Mitarbeiter im direkten Bereich mal wertschätzen. Und wir müssen mal hervorheben, dass das Schichtsystem ein besonderes, belastendes System ist und dass man deswegen mit einer niedrigeren Wochenarbeitszeit de facto hier auch belohnt wird. Dass anerkannt wird, zu demselben Geld niedrige Arbeitszeitleistungen zu bringen, ist etwas, wo wir darauf setzen, dass wir ja ins Schichtsystem rein gehen. Ich gehe nochmal zurück zu den Boni. Aus Interesse, mussten diese Boni jetzt zu diesem Zeitpunkt verkündet werden? Weil ich habe das gelesen, habe gedacht, das ist doch ein Schuss ins eigene Knie. Die hätten das nie und nimmer gesagt gemacht und verkündet. Am Ende waren es Investigativjournalisten, die hier seit fast einem Jahr dran arbeiten, die die ganze Kiste mal aufgebohrt haben und die das ganze perfide System zum Vorschein gebracht haben, dass man eben schon die ersten Millionen ausgibt, indem man Beratungsunternehmen beauftragt, so ein System zu erfinden, so ein System so zu beschreiben, dass es zum Schluss pervertiert, ohne dass man es vorher erkennt. Die Perversität im System ist ja hineingeschrieben worden. Es geht ja nach dem, was dort geschrieben steht und viele, die das gelesen haben, haben nie erkannt, was für eine Perversität das im Eisenbahnsystem erzeugen kann. Wir nehmen das Zweite, was er da geschickt gemacht hat, also CO2-Einsparung. Er hat mehr CO2 eingespart, als im Zielvereinbarung festgeschrieben war. Da würde jeder normale Mensch denken, ist gut, da hat er seine Ziele übererfüllt, ist in Ordnung. Ne, was machen die, das System so umpervertieren, dass alles, was er drüber erfüllt, getauscht werden kann gegen Pünktlichkeit. Und jetzt kommt's. Das heißt also, wir haben weniger CO2 ausgestoßen und deswegen Pünktlichkeit spielt keine Rolle. Wissen Sie, was das heißt? In den Köpfen eines Eisenbahners bedeutet das, wenn die Vögel die Eisenbahn zum Stillstand bringen, haben sie 100% Ponyerfüllung. Denn wenn wir stehen, haben wir überhaupt keinen CO2-Ausstoß mehr. Und wenn das das Ziel ist, da stimmt doch das System nicht. Da stimmt doch auch die Überwachung durch die Ministerien nicht. In dem Aufsichtsrat sitzen Vertreter des Eigentümers. Da sitzen Leute aus dem Verkehrsministerium, aus dem Finanzministerium, die klug sind und die das sehen müssen. Und was machen sie? Sie schauen weg. Es wird zugestimmt und es wird so getan, als wäre das System, so wie es eben ist, perfekt. Und das, was jetzt als sogenanntes neues System eingespult worden ist, wo die EVG dann tönt, sie haben ja dafür gekämpft, dass das neue System eingeführt wird. Das neue System ist auch nicht besser. Das ist genauso pervers. Das ist noch ausgefeilter und perfider. Und jetzt? Manchmal erkennt man die hässlichen Wirkungen erst tatsächlich, wenn es zum ersten Mal zum Auszahlen kommt. Denn das ist so clever formuliert, dass sie eben nicht sofort die Finde entdecken. Und allein die Tatsache, hat das die Manager Kohle in die Hand nehmen. Nie ihr eigenes Geld, nie von ihren Vergütungen, sondern die nehmen das Geld des Steuerzahlers in die Hand und bezahlen Unternehmen und sagen denen, was rauskommen muss. Und die schreiben das dann so, dass es jemand im Aufsichtsrat vielleicht am Anfang gar nicht erkennt und überlesen hat. Und das ist insgesamt gesehen eine perfide Methode. Und deswegen müssen die Bonis nicht bloß runter und auch das Grundgehalt muss runter, sondern es muss an Zielen festgemacht werden, die messbar sind und die sichtbar sind und die jeder Mensch begreift. Und dazu gehört die Pünktlichkeit, dazu gehört die Zuverlässigkeit, der Anschlüsse. Dazu gehört aber auch, dass die Schiene, der Fahrtrat, die Station und Service, dass die endlich mal angefasst werden. und nirgends ist so ein Ziel verankert. Seit Jahrzehnten lassen die das Zeug verrotten und wir werden jetzt alle blass, weil die Eisenbahn nicht fährt und am Ende des Tages schauen wir hin und erschrecken alle und fragen, wie ist denn das passiert? Und dann gewöhnen die sich etwas an. Es waren immer die anderen schuld. Also wenn Sie einen Manager der Deutschen Bahn fragen, sagt er, ja, wir haben ja nie genug Geld gekriegt von der Politik. Das ist gelogen. Sie haben das Geld, was sie bekommen haben, nie an den entscheidenden Stellen eingesetzt. Sie haben am anderen Ende der Welt Gelder investiert. Sie haben dafür Sorge getragen, dass diese Eisenbahn hier in Deutschland nie funktioniert. Während die Schweiz und Österreich uns zeigen, wie man es macht. So, jetzt atmen wir erstmal beide. Wenn ich immer an Fahrt komme, dann schon richtig. Gibt es irgendetwas, was Sie sagen, das ist jetzt vielleicht spannend für die Kolleginnen und Kollegen zu wissen, wie es weitergeht? Ausblick ganz klar und deutlich. Ohrabstimmung. Wir erwarten über 90 Prozent Zustimmung. Wir hatten in der letzten Runde, ich glaube, über 95 Prozent Zustimmung. Und das ist ein tolles Zeichen, weil da wissen Sie, die Mannschaft steht hinter ihren Zielen, ihren eigenen Zielen. Aber sie stehen natürlich auch hinter uns, hinter mir. Die Mannschaft, die hinter uns steht, ist wichtig für uns, weil wir haben nur genau so viel Kraft, wie unsere Mitglieder bereit sind zu erzeugen. Nach dem 19. Dezember, wie gesagt, eine große Pause. Wir machen bis zum 7. Januar eine Arbeitskampfmaßnahme, was gut und richtig ist, was übrigens schon immer so war. Aber Hauptsache, Hauptsache, Herr Seiler konnte noch mal behaupten und den Menschen Angst machen, dass die GDL am Heiligabend streikt. Wissen Sie, das ist auch so eine Methodik, wo ich sage, perverser geht es doch nicht. Die Typen schrecken doch vor nichts zurück. Jeder hat gewusst, die GDL hat noch nie an Weihnachten oder in der Weihnachtszeit und über Silvester gestreikt. Obwohl aus der Sicht der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner wäre das die ideale Zeit. Das wäre das erste und einzige Mal, dass wirklich alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner Weihnachten und Silvester zu Hause bei ihren Familien wären. Das interessiert in dem Land niemand, dass wir rund um die Uhr, rund ums Jahr den Verkehr zur Verfügung stellen. Aber auch das ist eine Leistung. Aber Herr Seiler manipuliert ja die Menschen und lässt sie ganz hoch leben, indem er ihnen beibringt, die GDL der Weselsky streikt an Heiligabend. Auch das wird sich rächen, weil die Menschen mittlerweile erkannt haben, wie sie manipuliert werden. Man erkennt es nie immer sofort, aber hinterher. Und wenn man es hinterher erkennt, sage ich Ihnen offen, rächt es sich auch besser. Weil der Typ, der die Heilwahrheit in die Welt gesetzt hat oder die glatte Lüge in die Welt gesetzt hat, der merkt das zum späteren Zeitpunkt. Ich gehe davon aus, dass wenn das Management sich nicht besinnt in der Weihnachtszeit, dass die Stimmung im Lande, die wendet sich immer gegen die Streikenden. Das halten wir aber aus, weil wir streiken für unsere Sache und wir würden uns wünschen, dass in anderen Gewerkschaften mehr Mitglieder sind und dass diese Gewerkschaften auch kampfbereiter sind und in eigener Sache in den Arbeitskampf ziehen. Das gehört einfach zur Wahrheit dazu. Wenn in diesem Land 18% in Gewerkschaften organisiert sind, über alle Arbeitnehmer, dann ist es eben in der Eisenbahn anders, Gott sei Dank. Da sind eben 70, 80, 90% Lokführer, Zugbegleiter organisiert. Und das ist etwas, worauf wir stolz sind. Und ehrlich, die Menschen sagen hinterher auch fast immer, naja, eigentlich bräuchten wir auch so eine Gewerkschaft wie Sie. Und deswegen ist der 8. Januar von heute aus gesehen, so zu bewerten, alle haben Zeit. Wir haben den Tarifabschluss schon veröffentlicht, obwohl es noch nie fertige Tarifverträge sind. Die Arbeitgeberseite hat es an alle Arbeitgeber gegeben. Die wissen also, was auf sie wartet. Und wer dann noch meint, der Welt erklären zu dürfen, nee, bei mir geht das nicht, der wird in die Not kommen. Weil erstens, wir werden dann streiken und zweitens, es wird auch härter als bisher und wir werden auch den Frust der Menschen aushalten müssen. Und ich glaube, der Frust richtet sich erneut nicht gegen die, die streiken für bessere Arbeitszeitbedingungen und für mehr Geld, sondern der Frust richtet sich am Ende gegen die wahren Verursacher. Und das ist eine schöne, eine schöne Ausgangsbasis für mich, für uns vor Weihnachten. Und deswegen sage ich für unsere Mitglieder auch vorab schon, die Zeit der Besinnung, die gilt auch für uns. Wir sollten genießen, was wir bisher erreicht haben und wir sollten uns auf das freuen, was noch kommt, weil es wird definitiv besser. Dafür steht die GDL, dafür stehen aber auch jedes unserer einzelnen Mitglieder. Jetzt haben Sie aber den Bogen unerwartet schnell ins Positive gekriegt. Das ist ja schön. Wir sind jetzt am Ende des Podcasts angekommen, deswegen vielleicht noch mal im Schluss die Frage, was wünschen Sie sich für sich, für die Kolleginnen und Kollegen vom Weihnachtsmann dieses Jahr? Also ich persönlich wünsche mir und für meine Familie und für mich wirklich Ruhe abschalten können, ersten Erfolg genießen, ein Stück weit Besinnlichkeit einziehen lassen und das Jahr langsam in Ruhe und nicht überall, aber bei uns in Frieden ausklingen zu lassen. Für die GDL wünsche ich mir, dass es viel mehr Arbeitgeber gibt, die die besinnliche Zeit nutzen, um zu erkennen, dass sie falsch unterwegs sind, wenn sie sich gegen eine Absenkung der Arbeitszeit sperren. Für die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner wünsche ich mir, wacht auf, seht, was diese GDL für die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner tut, seht, welche Erfolge man erzielen kann, wenn man a. gewerkschaftlich organisiert ist und b. auch noch in der richtigen Gewerkschaft ist und diese stärkt. Und ich wünsche natürlich allen familiär, dass sie auch Zeit und Ruhe finden, ein bisschen das Weihnachtsfest zu genießen, aber ich denke in allererster Linie an alle diejenigen, die auch die komplette Weihnachtszeit und den Jahreswechsel im Dienst sein werden und denen wünsche ich allzeit unfallfreie Fort, erstens, zweitens, in die Zukunft hinein, viel mehr Gelegenheit, die sogenannte Work-Life-Balance ein bisschen anders zu gestalten, also Freizeit, Familie und Beruf so übereinander zu bringen, dass es besser passt und dass wir gemeinsam das Eisenbahnsystem wieder als attraktiv empfinden und ausreichend Menschen sich dafür für unsere ehrenwerten Berufe interessieren. Herr Weselski, ganz lieben Dank für die Zeit und schöne Weihnachten. Das frohe Weihnachtsfest auch für Sie und Ihre Lieben, Frau Krüger, alles, alles Gute, bleiben Sie gesund und wir hören uns frisch im neuen Jahr wieder. Das waren die Weihnachtsworte des GDL-Vorsitzenden Klaus Weselski. Sie haben es gemerkt, wir haben das Gespräch direkt vor der Urabstimmung aufgezeichnet. Wer also diesen Podcast danach hört, kennt das Ergebnis schon genau. Möchten Sie diese Podcast-Folge oder alle anderen nachhören, dann ist das möglich, entweder direkt auf der Webseite www.gdl.de oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Audible, Podimo und Deezer. Überall dort kann der Podcast auch heruntergeladen und später gehört werden. Mir bleibt nichts mehr zu sagen, außer mich den gerade gehörten Weihnachtsgrüßen anzuschließen. Ich wünsche allen Zuhörenden da draußen Frieden, Ruhe, Gesundheit und ein besinnliches Weihnachtsfest. Ganz liebe Grüße aus Leipzig und bis zum nächsten Jahr. Bis zum nächsten Jahr.